Yo, Runde Nummer 3 im Fotobattle mit Mela gegen Olli. Ich würde sagen, let's go. So, letzte Runde mit dem Zeiss 85 1.8 an der Location. Olli, ich würde dir einfach mal das Mikro hier geben. 85, ja, ich gebe dir das Mikro mal. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Ja, ich fühle dich frei. Bist du ready? Ja. Okay. Und los geht's. Jawoll. Mela, ich habe hier gerade so ein Blatt gesammelt. Die Inspiration dazu hast du mir gegeben. Du hattest das aufgesammelt und ich fand das schön. Magst du vielleicht mal reingehen und dich hier an die Scheibe stellen? Du musst dich da so ein bisschen an dem Ticketautomaten oder so drüber steigen. Ich weiß nicht. Und dann einfach, sehr geil, so da hinschauen. Ja, halt das Blatt mal. Ja, sie versteht mich jetzt nicht, aber... Boah, mega. Yeah. Richtig cool. Komm ein bisschen rüber, bitte. Ein bisschen rüber. Gut, dass ich mit ihr spreche. Sie hört mich gar nicht. Wow. Yes. Hammer. Love that. Genau. Das Blatt kannst du mal da unten hinlegen. Und jetzt schaust du einfach mal da so hin. Sweet. Ja, perfekt. Lieb diese Bilder, ey. Richtig cool. Ich meine, ich lobe sie jetzt trotzdem. Sie wird mich jetzt nicht hören. Schau mal in die Richtung. Genau. Yeah. Boah. Mella ist einfach der Hammer. Für 50 ist schon weit weg. So, jetzt mache ich von dir auch noch ein paar Vitali. Wäre schon ganz geil, wenn ich weiter fotografieren könnte. Mella? Ja? Kommst du mal wieder raus? Genau. Voll cool, dass du das Blatt mitnimmst. Das hast du sehr gut gemacht. Und ist auch direkt mit gymnastischen Übungen einhergegangen. Stell dich mal hier so mittig hin, bitte. Und halt hier das Blatt bitte nochmal vor das eine Auge. Vor das eine Auge. Ein Stück zurückgehen bitte vom Licht her, wäre das cool. Ja, mega. Genau so. Wow. Und guck mal so ganz straight in die Kamera hier, bitte. Und halt das Blatt dann auch so aufrecht. Ja, genau so. Genau so. Wow. Hammer. Hast du ein Lächeln am Start? Ja, sehr gut. Sehr natürlich. Okay. Das Blatt kannst du jetzt einfach da hinballern. Und hier vorne geht es weiter. Ich würde ganz gerne den Markt auch noch so ein bisschen mit integrieren. Sprich, stell dich mal hier in den Schatten, bitte. Ah, das ist zu krass. Zu krasses Sonnenlicht. Ja, genau. Perfekt. Geht das einigermaßen klar, oder? Geht. Anscheinend ja. Ja, und das mit in die Kamera greifen geht auch immer. Wow. Yeah, sweet. Stell dich nochmal hier in die Mitte. Wir haben ein cooles Gegenlicht. Wow. Nee, anscheinend nicht. Haben wir überhaupt einen Timer gestellt? Ja. Yeah. Super, Mella. So, Mella, wir gehen nochmal hier rein. Mella, stell dich mal bitte hier so auf so eine mittlere Stufe und schau mal Richtung Licht, bitte. Also so ungefähr hier. Kannst dich auch hier so ein bisschen festhalten oder so. Nicht, dass was passiert. Yeah. Genau so. Wow. Mega. Super clean. Geiles Licht. Genau. Schau nochmal zum Licht hoch, bitte. Wow. Cool. Stell dich einmal mittig hin. Super. Mach jetzt nochmal so ein richtig closes Portrait. Boah. Hammer. Stell dir den Witz vor, den ich erzähle. Und nochmal so ein richtig schönes, spontanes Lachen. Ja. Ha 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 ha. Gut. Cool. Bleib nochmal bitte genau da stehen. Ich mach nochmal von hier eins. Lächeln bitte. Oh ja. Gar nicht gestellt. Ha 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 ha. Wer auch immer da hinter mir steht, bitte einmal wickeln. Ha ha ha. Andi, gehst du mal ein Stück zur Seite nochmal? Na cool. Alles gut. Gut. 2, 1. Super. Gut. So, ich jetzt mit einem 85mm. Wird nicht einfach, ich freue mich. Olli, wenn du willst und Mela ready ist, können wir… Ja. Ich bin gespannt, was jetzt da war. Ich auch. In diesem Sinne würde ich sagen 3, 2, 1, here we go. Danke. Olli, wir nutzen erstmal auch diese Location, weil ich das Licht einfach mega da drin finde. Aber ich komme mit. Ja. Kannst du auch gerne ein bisschen weiter runter, da so. Ja. Wenn du willst, kannst du noch runter und auf mich zukommen, nach oben gehen. Okay. Super. Von da ist schon super. Jetzt kannst du… genau, das sieht schon mega cool aus, ja. Genau. Bleib mal, bleib mal da so. Das sieht super aus. Ja, bleib mal da. Genau da stehen bleiben. Sehr, sehr cool. Wow. Geh nochmal ein bisschen runter. Dann habe ich ein bisschen mehr Spielraum. Perfekt. Da reicht schon. Sieht auch super aus. Wow. Sehr cool. Wart mal kurz, ich sehe da hinten ein Licht. Lehn dich mal so ein bisschen an das Gitter so an. Kannst ruhig dich anlehnen mit dem Rücken so. Ja, genau. Ja, genau. Komm mal hier hin. Stopp. Ja, super. Genau. Okay. Cool. Cool. Mega. Ich versuche mal was. Wir haben hier dann von überall Licht. Komm mal mit Männer. Kannst du dich mal da hinstellen. Nach da so? Ja. Genau. Okay. Sehr cool. Ein bisschen 85er-Ellen. Links immer. Stell ich mal da hin, auf die Stufe da so. Mit dem Rücken nach da. Ja. Sehr cool. Lass uns mal hochgehen. Ähm. Ich fand diese Tür da echt nicht schlecht. Weil da steht halt voll das Auto davor. Aber egal. Stell du dich mal an diese Tür da. Und ich versuche übers Auto zu schießen, ja? Sehr cool. Ich bin grad sehr froh. Versuch dich ein bisschen mehr zentriert aufzuhalten. Genau. Versuch. Ja, perfekt. Wow. Das sieht mega aus. Boah, Mella, wenn ich dir euch die Bilder zeige, das sieht mega aus. Versuch deine Arme bei dir zu lassen mal kurz. Ja, super. Ja, genau. Wow, super. Stell dich mal so ein bisschen vor das weiße Schild. Siehst du das weiße Schild? Ja, genau. Ja, super. Ja, sieben, sechs, fünf, vier, drei, richtig cool, zwei, eins. Ich glaube, das ist vorbei. Okay, bitte. Ich hab er noch mal richtig ausgerissen in die Location. Ja, voll. Ist da wieder eine Wespe? Nein. Okay. Boah. Hammer. Das wird ziemlich äh. Sprich ich hier rein? Hallo, hallo. Eins, zwei. So, Leute, das war's von der letzten dritten Runde hier im Fotobattle gegen Olli mit Mella. Vielen, vielen Dank, Leute. Sehr gerne. Jetzt seid ihr dran. Über das kleine Video da hinten könnt ihr voten, welches Bild ihr besser findet, A oder B. Wir sind mega gespannt, wer das Rennen machen wird. Es wird nicht einfach, Olli, aber es hat mega Spaß gemacht. Mella, vielen Dank. Bäm. Wie immer so. Gerne, gerne, Olli. Ich hab ganz viele Hände. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach nächste Woche wieder, wenn der Gewinner feststeht und es noch viel mehr Bilder zu sehen gibt als immer nur eins von jedem. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Und wir sagen Ciao und geben euch noch einen Kick. Boah. Tja. Tja Untertitelung des ZDF, 2020